Wer erinnert sich nicht gern an unseren liebenswerten Schuhmacher Meister Karl Schmidgall inmitten einem Berg von Schuhen. Nach getaner Arbeit das wohlverdiente Ferdelik Hans Treiber aus dem eigenen Keller. Der letzte Spieltag der ersten Herrenmannschaft in der Verbandsrunde 2004 und gleichzeitig der größte sportliche Erfolg in der 30-jährigen Vereinsgeschichte des Tennisclub Meckesheim. Dies bedeutet Aufstieg in die Verbandsliga. Nur noch zwei Klassen unter der Bundesliga. Zu diesem sportlichen Erfolg gratulieren wir herzlich den Spielern Christian Rhein, Peter Handke, Patrick Hartmann, Erol Jung, Ralf Karcher, Thomas Handke und Tobias Bayer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Krankenhaus, Ralf Karcher, Thomas Handke und Tobias Grabow. Baiter Christoph, Thomas Handke und Tobias runtime in der Vorteile des ZDF für funk, 2017 Stabilisatora, Thomas Handke und Tobias